So, Hallöchen und herzlich Willkommen zu Infamous Second Son. Hey, bin gerade erst wach. Warte, ist ein Upgrade für mich verfügbar? Eins, zwei, drei, äh, vier, komm schon, fünf? Nee, na gut. Neon, das Auto hat Neon? Ah, das Auto hat echt Neon. Ah, Telefon. Hey, Delson, drüben im Lantern-District versterbt das DOP offenbar seine Präsenz. Sie vermuten dort wohl ein Conduit. Okay, dann sollte ich da hin. Oh, hey, hier gibt's eine Brücke, über die du hinkommst. Toll, eine Konferenzschaltung. Hey, Fetch. Hey, Abigail, ganz nebenbei. Das DOP hat diese Brücke zerstört, genau wie die 520. Hey, Mann ohne Kräfte. Es gibt keine Brücke, die Conduiten nicht überqueren können. Stimmt sie? Ist dein Versuch wert, Redge? Ah, klingt ja, als wärst du in kompetenten und vertrauenswürdigen Händen. Ruf mich einfach an, falls du ankommst. Mann, wie hältst du den nur aus? Er zahlt die Miete. Ich gehe jetzt zur Brücke. Er zahlt die Miete. Schön. Ja. Geil, kann ich jetzt unendlich lang rennen? Und ab geht's. Zielgesichtet, da oben! Oh, böser Fehler, Mann. Okay. Das wird der Hammer! Automatikgeschütze? Das ist voll unfair. Wie es aussieht, haben die ihre Achilles-Werzer-Puff auf. Ich wusste, du kannst das, die. Ich muss einfach schneller als die Autoscheißer sein. Na. Ja, ich kann jetzt nicht mehr hochrennen. Guck mal, die Dinger sind gnadenlos! Und noch eins. Ach, wie geil das aussieht. Kann ich dich hier durch? Okay. Das nenne ich eine Lücke. Das Auto nützt mir hier auch nichts. Oder ist das eine Sprung-Schanze? Na? Ah, da traut ihr euch endlich hinter euren Spielzeugen hervor. Hey, Fetch. Ich hab' gerade die Brücke mit Leichen und Blitzen geflastert. Fetch? Verdammt, Mädchen, hören einem auch nie zu! Was soll's? Was soll's? Lenten-District. Ich komme. Das sieht mir jetzt noch im Boss-Fight aus. Schau mal, wer da oben steht! Haha. Schätzchen, Brücken sind voll dein Ding, weißt du das? Also erkennst du mich wieder. Oh, ja, ja. Du bist diejenige, die mich vor ein paar Wochen eiskalt erwischt hat und dann laufen ließ. Du hast dich seitdem verändert. Du meinst das Rauchding? Ja, das ist neu. Haha. Ich hörte, du kannst einen neuen Trick. Du hast dein Arsenal erweitert. Tja, keine Ahnung, wo du das her hast. Ich meine, ich bin nur ein einfacher Rauchtyp. Ach, wirklich? Ah. Tja, das sagt mir leider überhaupt nichts. Oh, krasser Typ. Krasser Typ. Krasser Typ. Krasser Typ. Ah! Ruhe! Gut, her mit dem Neon. Halt's mal, Oma. Jawohl. Au, au. Neon. Uuhuhu. Alter. Gegeben. Uah. Oh, wie unfair. Ich kann dich wohl nicht überreden, runterzukommen. Schlechte Karte. Na klar. Alter, wie krank. Oh, das wäre dich einfach nie leid. Vergiss es. Alter. Wieso trifft er mich trotzdem? Der cheatet doch. Oh, komm. Und weg. Oh, da ist er ja. Nein. Headshot. Oh, da ist er wieder. Geh weg. Komm, noch einmal. Ja. Der musste sein. Okay, okay, vielleicht habe ich ein bisschen gelogen bei dem Neon-Ding. Aber ich glaube, ich kann uns beiden hier viel Zeit sparen. Ich zapfe dir doch nur ein bisschen deiner Kraft, ach, mehr nicht. Ich soll dir also einfach so meine Kraft geben? Ich meine nicht genug, um Brücken einzureißen oder so, aber genug, um, genug, um deine Betondolche aus meinen Freunden rauszuziehen. Ja. Und danach wirst du niemals wieder von mir hören. Ich habe eine bessere Idee. Ich habe eine bessere Idee. Nein. Ähm. Nicht runtersehen. Nicht runtersehen. Von was werde ich geflogen? Hallo. Hallo. Okay. Hä? Von was wurde ich geflogen? Dragonwalk. Chinatown. Yeah, ich habe es geschafft. Ah, der Lantern-District, wo ich sowieso hinwollte. Ich habe nur einen Umweg gemacht. Oh, ich habe ihn weg. Oh, ich habe hier lassen. Nein, bitte geh. Da. Oh, ich hab euch. Ich habe das. Und ich habe die Zeit. 展 Odisher, ich weiß. Mal historic System. Na also. Na gut, dass ich so viele Kopfschüsse aushalte. Na gut, ich mach nochmal ne Aufnahmepause, ich bin fertig für die Woche und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Infamous Second Son, Entschuldigung wenn diese Session ein bisschen ruhiger war, ich hab jetzt zum Schluss irgendwie keine Lust mehr gehabt, aber ich muss ja mein Pensum vollbringen, wie gesagt, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Infamous Second Son, mal sehen ob wir noch die Betonkraft irgendwann bekommen.